löchen liebe freunde auf youtube liebe community weiter geht es mit sanken land wir werden heute irgendeine fraktion wenn wir erledigen oder teile davon und dann zeige ich euch heute mal die einstellung und zwar gegner schwierigkeit ist auf wahnsinnig schwierigkeit der feindlager auf schwer schwierigkeitsgrad feindliche überfälle das also betrifft dann meine base die habe ich das habe ausgeschaltet weil wenn ich unterwegs bin will ich also keine überraschung haben und überlebens schwierigkeit habe ich auf einfach gestellt da braucht nicht so viel zu essen und nicht so viel zu trinken also dann werden wir heute mal loslegen und werden mal schauen diese schwierigkeitsgrade ob man das bewältigen können man starten mal das spiel und bis das da ist das spiel mache erst einmal der pause für euch ja nehmen wir mal die pause wieder raus ja ich schaue jetzt gerade mal bei mir zum fenster raus also heute ist der 24 11 wo ich das video aufnehmen und draußen tobt ein fürchterlicher schneesturm ja ihr werdet es nicht glauben aber ich schätze mal so die sichtweite ist so 70 80 meter und dann ist zappenduster und dann sieht man nichts mehr vor lauter schnee treiben so was machen wir denn wo wollen wir denn eigentlich hin jetzt haben wir einfach mal auf die map es ist mittags das heißt also wir brauchen gar nicht los ziehen wir werden in der früh los ziehen müssen wir haben was haben wir denn hier drüben das zion atoll wir haben die ruinen insel da werden wir einfach mal zur ruinen insel fahren das ist also so nordwestlich von uns und dann haben wir hier unten noch etliche sachen die erledigt werden müssen alle werde ich nicht befreien alle inseln ich werde also die fraktionen nicht komplett auslöschen weil ich möchte mal sehen wenn ende dezember anfang januar das neue update rauskommt wie sich dann diese fraktionen auf diesen noch besetzten inseln oder stützpunkte behalten das möchte ich gerne wissen und dann werde ich bevor das update kommt eine insel ja die wäre ich da wäre ich die flagge ab machen und schauen wir mal ob dann nach dem update eventuell dort wieder eine fraktion spawnt das weiß man natürlich jetzt noch nicht aber das werden wir alles einmal ausprobieren okay dann schauen wir mal bei den fraktionen wir haben die ruinen insel ok aber hier stehen ja die inseln nicht dabei aber das werden irgendwelche so kriegstreiber stammen der erlöser klan irgend so was aus dieser rubrik wird es sein wir haben noch die plünderer übrig auf einer insel also mir war es so als wenn wir die plünderer ausgelöscht hätten komplett seltsam also da müssen wir auch mal gucken wo diese insel ist die kann eigentlich gar nicht allzu weit weg sein denn mutanten und plünderer sind immer so in relativer nähe ja zur normalen insel der gestrandeten also wo man normalerweise anfängt ja schauen wir halt einfacher mal ok machen wir das einmal weg jetzt rentiert sie es eigentlich wirklich nicht um halb vier in den krieg zu ziehen das werden wir also dann auch lassen ich wäre ein bisschen offline weitermachen vielleicht ein bisschen sortieren bisschen was fertig bauen da hinten muss noch ein dach drauf das wäre ich jetzt schnell noch erledigen erholen wir uns ganz einfach jetzt mal schnell ein bisschen reisen wir haben ja spot on mass das ist der helle wahnsinn was wir alles gesammelt haben ich hoffe dass das dann auch lang normalerweise eigentlich schon so wir sind bei ungefähr knapp fünf minuten video zeit also ein bisserl was können wir schon tun so essen und trinken brauchen wir eigentlich auch schon wieder so haben wir überall stempen gesetzt ja das hammer warum guckt eigentlich da oben die kiste durch soll denn der krampf naja gut also bauen wir mal schnell 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 eine metallboden und machen hier dicht die kiste also dass die unten durch guckt ist natürlich schon wieder käse und dass die auf der seite durch guckt das ist natürlich auch käse also das gefällt mir ja schon mal wieder überhaupt gar nicht sehen wir das von hier aus ja ein bisserl was sehen wir hier von der kiste brauchen wir den umzugskarton ach nee ja doch den brauchen was das geht es nicht ach ja das ist also manchmal hat das spiel schon noch ecken und kanten umzugskarton den haben wir doch hier um zu mit kram den hatte ich ja dabei achten normalerweise ist der immer hier in der tonne drin wenn ich ihn nicht braucht na gut tja essen und trinken sollten wir aber das werden wir jetzt hier schnell noch mal bewerkstelligen so wie schaut es denn jetzt hier aus mit der kiste ja sie gucken also viel zu weit da raus das ist richtig du musst einmal schnell einpacken so dann nehmen wir uns die kiste wieder so dann müssen wir so mal so hin drehen dass es passt man kann das immer so schlecht abschätzen ich weiß nicht warum das spiel nicht in der lage ist so kann man es lassen das so zu platzieren beziehungsweise zu snappen das wäre also wesentlich einfacher aber nur gut jetzt schreiben wir da mal hin munition munition und dann packen wir das wieder da rein ist zwar nicht viel munition aber wir gehen ja auch nicht komplett leer mit munition hier zum kämpfen das wäre ja auch blöd so na gut dann müssen wir jetzt erst einmal hier wieder die türe zu machen und dann gehen wir schnell mal essen und trinken das ist ja ganz wichtig essen und trinken so schauen wir mal wir werden uns hier erst einmal das hier ein verleiben das ist natürlich nicht viel das bringt gar nichts ja wenn man auch von den dingen ein bisschen was essen wasser trinken dürfen wir auch da haben wir noch genug drin ob jeder brauche uns momentan nicht drum kümmern dann legen wir mal schnell das eisen wieder weg weil wir das ja nicht brauchen oder nicht mehr benötigen so noch ein fisch essen rotalgen hätten wir auch dabei und dann schauen wir mal dass man rechtzeitig ins bett gehen und gleich früh loslegen das bedeutet ich werde jetzt erst mal hier das weg liegen weil wir das zum kämpfen nicht unbedingt benötigen und wer munition einstecken gewehr munition da werden wir uns voll bestücken das werden wir brauchen und dann brauchen wir pistolen munition ja die machen wir da oben rein oder da rein ja viel brauchen wir eigentlich nicht warte mal wenn dann machen wir es richtig voll mit 60 schuss vorsichtshalber nehmen wir die 34 mit ja so werden wir es tun das zeug bringt uns nichts haben wir gesagt das tun wir wieder weg dann werden wir uns dann noch mit mit essen versorgen da haben wir was zum trinken das könnte uns langen antibiotika haben also die gut genau dann werden wir uns das mitnehmen verbände haben wir das haben wir uns jetzt auch noch rein dann die kiste wegbringen und die umzugskiste wegbringen die brauchen wir nämlich auch nicht und dann gehen wir in unser schlafzimmer dann werden wir versuchen zu schlafen ob wir schon schlafen können schauen wir mal es ist noch nicht schlafenszeit ok gut dann mache ich jetzt für euch eine pause bis ich schlafen kann und wenn es losgeht dann hole ich euch wieder mit dazu bis gleich ja pause fertig so auch geht's wir durften ab 21 uhr durften wir schlafen ist natürlich auch käse also wenn ich also früh um fünf weg muss dann ist das natürlich blöd dass ich nicht schlafen warte mal benzin richte vorbereitung nur wie du bist du sollst doch alles vorbereiten so ab geht's essen noch essen es wird schon wieder so spät bis wir dort sind es ist ach komm das ist so haben wir uns erst einmal die warme schnell voll geschlagen und dann müssen wir schnell mal benzin einfüllen nicht dass wir unterwegs liegen bleiben so und raus aus dem hafen nordosten habe ich gesagt nordwesten habe ich gesagt so im osten geht die sonne auf das heißt also das muss dann hier drüben irgendwo sein dann schauen wir ganz einfach mal auf der map ja wir müssen also noch ein stückchen weiter nach darüber dann könnte das da hinten sein irgendwo da hinten könnte das sein schauen wir mal wenn wir da gerade aus ja das könnte das könnte das da hinten sein ok bis wir dort sind mache ich eine pause für euch beziehungsweise kurz mal die pause wieder unterbrechen was ich noch an zu sagen habe ist ich bin am 12 12 muss ich ins gerankenhaus kriege ich ein stand verpasst sollte es mir nicht möglich sein genug video material vorab hochladen zu können dann kann es durchaus der fall sein liebe leute dass ihr mal vielleicht eine woche lang auf meinem kanal kein video zum anschauen habt könnte durchaus der fall sein aber schauen wir mal ich versuche mein bestes dass ich noch zumindest so viel hochladen kann dass die zeit während ich im krankenhaus bin überbrückt werden kann okidoki so das brauche ich natürlich jetzt auch nicht mehr pausieren weil wir sind eigentlich gleich da das schaut eigentlich gar nicht irgendwie so gefährlich aus schau mal noch einmal auf dem map nach ja wir sind richtig die ruineninsel ja schauen wir mal ob jemand drauf ist warum fährt er nicht einfach weiter wenn man bloß mal kurz auf die map schaut furchtbar so dann werden wir mal schauen ob wir was sehen dass wir von außen wieder mal erst einmal welche ab snipern also ja da ist doch schon einer dann nehmen wir mal schnell unser mikroskop hätte ich beinahe gesagt also der da oben da steht einer drin ok auf die müssen wir aufpassen die könnten der könnte auch zu uns geschwommen kommen wenn es wenn es ein einzelkämpfer ist ok den sehen wir natürlich ganz ganz miserabel aber wir probieren unser glück achso habe ich jetzt das schon wieder drauf ja naja gut machen wir es halt so was solls wieso treffe ich den nicht muss ich jetzt drüber halten das kann doch nicht sein so was nehmen wir mal das hier ich traue dir wissen wenn wir mal das hier da gibt doch geht doch jetzt ist er in das haus verschwunden ok und der steht eigentlich auch noch ganz gut den haben wir getroffen der rennt jetzt davon schauen wir mal ob wir von der anderen Seite welche sehen die Ruinen Rosineninsel die Sklavenhändler schauen wir noch einmal Sklavenhändler haben wir zwei Inseln 20 Feinde also merken wir uns mal 20 Feinde 20 Feinde so ihr macht die Augen auf und sagt dem Nubi Bescheid wenn irgendwo Sklavenhändler sichtbar sind ah ah da hinten war er Moment es ist doch einer das da hinten ist doch einer genau nicht weglaufen da ist er das war daneben glaube ich nicht verstecken ach komm du Bazi das dauert jetzt wieder alles viel zu lang komm raus den hätten wir erledigt schauen wir noch einmal auf die Map Fraktionen 19 jawohl geht doch geht doch so dann fahren wir noch einmal außen rund rum irgendwo werden wir schon noch wieder einen finden da hat es auf jeden Fall viel Eisenerz das ist schon mal arg gut so lauert hier in der Nähe irgendwo einer da oben müssten doch eigentlich welche sein das ist aber anscheinend keiner zumindest kann ich nichts nichts ausmachen wo werden die sich jetzt verkrochen haben also werden wir jetzt wohl oder übel auf die Insel müssen also gut also die Musik spielt nicht keine Kampfmusik ah ja ja okay alles gut alles gut wo bist du ja ja da warst du also einer wieder weg ne einer ist schon wieder weg okay so wie schaut es da aus das weiß keiner so genau wie es da ausschaut warum spielt die Musik nicht ja 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 da ist einer das ist doch einer oder nicht oder schaut es nur so aus nee das ist keiner ne Moment gern Glasl nehmen wirklich ist das einer bin ja nicht bin ja nicht blind nicht ja ja wo bist du jetzt hingegangen und willst du zu mir kommen ja ja komm nur zu mir ja ja da oben noch einer versteck dich nur hast schon recht was ist der der von da oben geschossen hatte schauen wir mal was der alles dabei hat okay können wir eigentlich gleiche mal trinken nicht essen sollten wir eigentlich auch was ein bisschen warten bis der boost hoch geht ne schauen wir mal schauen wir mal dann sehen wir schon so jetzt kommen wir in den bereich ah da ist doch einer warum spielt die Musik nicht wieso kann ich da nicht durchschießen ja 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 ist er gut ist er gut ja ja machen wir so weiter ja 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 oh oh wo bist du ja ich gehe oh dunnerwetter der hat aber nicht schlecht getroffen ne ja ich mache Pause ne werde mich zu Hause erholen und wenn wir wieder drüben sind schalte ich euch zu bis gleich so weiter geht's Pause beendet das ist natürlich jetzt auf jeden fall woanders die mausgeschwindigkeit etwas verlangsamen ok komm raus du du nasenbärlust du so wenn wir das einmal einsammeln alles nehmen zeitig zeitig ja 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 mach du so weiter du du folger sonst komme ich hoch zu dir hey ich wollte als erster schießen nicht du ja warte ich habe wieder keine Handgranaten mitgenommen ich bin doch ein Nubi du Nubi du hast keine Handgranaten dabei hey da höre ich hier mal ist jetzt gut hier was halten die denn aus blü w was jetzt muss ich jetzt muss ich warten ja 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 ist gut ich muss warten ich muss warten ich muss warten bis mein charakter sein boost aufgebaut hat mich da oben ja 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 alles gut alles gut alles gut wo ist es doch wieder dunkel wo ist denn der andere frecker hin da ist er kommt zeigt ich noch einmal letzte stündel hat langt und ist so gedacht nicht so schnell vorbei huschen komm komm raus der nubi hat geduld der nubi hat geduld ach da hinten ist er da hüpfte wieder von einem fenster zum anderen wie er känguru ruft darum da kriegen wir den natürlich du kannst durch die wand durchschießen freilich du kannst durch die wand durchschießen du bist das so ein ist er jetzt tot zwei sie natürlich nicht es könnte sein dass er tot ist er springt nicht mehr vom fenster zu fenster ich muss noch was essen und es langt nicht ganz nehmen wir noch antibiotika was ist jetzt hier wieder los wer schießt denn da also der da drüben ist es auch jeden immer noch ja heuch mal du frecker noch warten na warte na du ich kriege ich schon dich kriege ich doch außerdem geht die sonne unter also wenn der mich natürlich jetzt einmal trifft dann könnte es natürlich schon wieder vorbei sein ich höre was es war zu spät ich habe irgendwelche schritte gehört und schon war es zu spät also machen wir wieder eine pause für euch so pause beendet wir sind jetzt bei knapp 27 28 minuten video zeit aber das werden wir auch noch hinkriegen soll ich habe mich regeneriert ich habe meinen auch voll gestopft der bus geht nach oben ja bis wir drüben sind naja geht zwar nicht ganz die sonne auf ich habe ein paar flares noch mitgenommen handgranaten die sind also recht zähne die sind recht zäh und bis wir drüben sind ist der boost auch voll da jetzt können wir mal ein bisschen schneller schwimmen damit mit vollem bus drüben sind so was gleich geschafft ja ich habe da nicht aufgepasst ich habe schritte gehört aber ich habe nichts gesehen wie so immer nur wie ist halt ein blinder und deswegen heißt er ja anubi so dann müssen wir jetzt aufpassen die haben sie mit sicherheit neu strukturiert und es würde mich nicht wundern wenn es hier gleich zur sache geht keine musik keine kampfmusik keine kampfmusik das ist schon immer irgendwie seltsam na gut dann nehmen wir mal eine flair in die hand und arbeiten uns langsam nach vorne ganz langsam und vorsichtig und schauen wir schauen lieber fünf mal ob da oben wieder einer drinnen ist also sehen tue ich jetzt keinen so dann schmeißen wir mal keine flair hin was ich selber da hinten da hinten ist ja einer da hinten gut der ist ja schön sichtbar also der gehört auch der vergangenheit an so und der in dem gebäude wo der sich jetzt wieder versteckt hat das weiß der liebe herr gott also sehen tue ich ja jetzt hier nichts ne er hat sich auf jeden fall erlebt ja noch er hat sich neu positioniert aber wo aber wo das ist natürlich die frage das ist wirklich die frage dass ich da irgendwo in einer anders haus verkrümmelt hat ja wo war das wo bitte bitte wo wo bist du denn du säckel ist da oben einer ja es ist einer gewesen ja und ist der gewesen sein der die flair sind aber schnell schnell hinüber tuner witzig da ist einer ja wo ist er denn ich habe ich da habe da nicht dabei wir sollten doch mal da hoch um mich da hoch da komme ich nicht hoch ist man das häuschen ein dann nehmen wir mal die desert eagle vor sich selber falls da noch irgendeiner hier drin oh, da geht es gar keine Treppe rauf nicht schlecht, Herr Specht und wie komme ich dann da noch hoch? ich habe keine Lust, irgendwas zu bauen dass ich da hochkomme da müsste man eigentlich hier da müsste ich doch hochkommen dann hier rüber hier rüber ja, aua, aua der hat wieder nichts dabei so, und wer hat jetzt da geschossen? hm, das ist wieder lustig, ne? äh, was ist denn das da hinten? ein Auto ist das, ne? das ist doch ein Auto da hinten da läuft noch einer hinter dem Baum ist er komm vor da, da ist er doch schwupp, ist er weg aha, okay müssen wir warten da müssen wir jetzt warten Nubi, warte Nubi, warte ab Nubi, langsam voll hektik der schießt durch den Baum durch und ich treffe ihn nicht also komm, Leute das ist doch schon wieder ein Witz das ist doch schon wieder ein Witz das ist doch ein Witz die schießen durch alles mögliche durch und das war der Kerl, den ich von dem ich die Schritte gehört habe ist der jetzt dort? man weiß es nicht hm, hm, hm ähm, ja was bist denn du wieder für einer? wo bist denn du? ja, da ist auch einer aha also hinter dem Baum ja, die die schießen durch den Baum durch, ne? einmal frei das finde ich super, du das finde ich echt super ach, ich blut schon wieder das heißt, ich muss runter und ich muss zu meinem Leben zu meinem Leben muss ich weil nur da habe ich Ding drinnen ja, 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 ja oh, gleich noch was essen ich höre ihn ah, da kann ich nicht durchschießen ja, ja, lustig so, du hast das letzte Mal auf mich geschossen, ne? das sag ich dir, du ahn, ja da ist wieder nichts gescheites dabei, ne? so, und dann haben wir da hinten einen das ist so ein Frager was habe ich denn noch an Munition? naja, gut geht schon noch geht schon noch äh, ja da, und wo da ja, du, du mich auch, ne? hä, oh ne, 14 Schuss gerade naja, gut ah die normale Musik spielt aber das kann es noch nicht gewesen sein das kann es noch nicht gewesen sein äh, er hock ja, siehst du wo ist er denn? man, wenn sie die Kribbel wenigstens ein bisschen sehen würdest, ne? aber die siehst du ja nicht ich verstehe es nicht ich verstehe es einfach nicht oh, ich sollte vielleicht wieder was essen komm, hau dir nochmal so ein Ding rein oh, einer muss ja noch da sein hier, mindestens hm ist da noch irgendwo einer rumlümmelt hier unten am Strand wirklich ist ja alles denen ist alles zuzutrauen ah, immer schön schön aufpassen, ne? schön aufpassen ah, da oh, oh warum treffe ich die nicht? hey, warum treffe ich die nicht? der trifft aber auch nicht, ne? wieso habe ich die nicht getroffen? hey, das gibt's doch gar nicht jetzt ist er jetzt ist er jetzt ist er Poutine, ne? schauen wir doch mal auf der Landkarte Fraktionen hm 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 den Feinde auf zwei Inseln den Feinde auf zwei Inseln das heißt es könnte sein dass wir's geschafft haben dann werden wir jetzt uns gleich mal ein Bäumchen besorgen und Stoff wo liegt der denn? was ist denn die hingelegt? ähm Moment der muss doch der muss doch hier an der Ecke liegen oder ist der gar nicht tot? ah, da liegt er ja da liegt er und sagt nix, ne? naja gut, er kann ja nix sagen weil weil er ja tot ist, ne? so, also holen wir uns jetzt erst mal einen Baum das ist einmal das nächstwichtigste dass wir unseren Baum holen also Holz, ne? ok Holz, Holz Holz wir brauchen das hier und dann brauchen wir einen Stoff und dann schauen wir mal ob wir eine Flagge setzen können aber dazu sollten wir aber erst einmal vielleicht die Waffe in die Hand nehmen und dann brauchen wir Stoff ist hier Stoff dabei? nein nein das ist nur Klump ähm warte mal Moment Stoff Stöffchen hier ist kein Stoff drinnen ne? es ist Stoff drinnen das müsste uns langen Bluten tun wir halt später, ne? und dann müssen wir da die Flagge da oben setzen jetzt schauen wir mal ob wir eine bauen können, ne? Flagge bauen wir können bauen und setzen ok alles klar gut dann ist die Insel eigentlich befreit so jetzt schauen wir dass wir da hochkommen irgendwie kommt man da irgendwie hinauf naja freilich irgendwie kommt man da immer irgendwie hoch, ne? oder gibt's Zahnräder ja wunderbar was da komme ich nicht rein gut dann gibt's äh Leder gibt's das ist gut und wie komme ich jetzt da hoch gar nicht, ne? das Spiel will nicht dass ich da hochkomme ach komm kann ja wohl nicht wahr sein wenn ich aber da hoch will muss ich was bauen aber ich hab keine Lust was zum Bauen wahrscheinlich ist da oben auch gar nix würde ich mal sagen, ne? schaut auch so aus als wenn da gar nix wäre da drüben da kommst du naja gut mit dem Container kommst du da drüben hoch aber dann ist er auch schon wieder zappenduster also setzen wir halt hier einfach die Flagge hin, ne? ganz einfach so machen wir das so wir setzen hier die Flagge hin und dann müssen wir auch die Farbe ändern das soll grün sein angeblich gut also wir haben die Insel befreit das heißt äh Fraktionen wir haben noch eine Insel dass ich noch zehn drauf okay alles klar alles klar so ähm wo fangen wir denn suchen an eigentlich brauchen wir ja nix äh das ist das habe ich schon dreimal oder fünfmal das nehme ich jetzt alles gar nicht mehr mit das ist ein Witz so jetzt haben wir schon 43 Minuten das äh nehmen wir alles nicht mit was können wir denn wegschmeißen das brauchen wir nicht naja gut was soll's gehen wir zum wenn ich beinahe gesagt gehen wir zum Auto gehen wir zum Schiff laden da mal alles ein und dann wäre ich offline weiter looten äh das könnten wir uns einverleiben das auch das brauchen wir noch nicht trinken brauchen wir okay das haben wir dann können wir erst einmal das alles rüber setzen was wir nicht brauchen die Flares brauchen wir auch nicht das kann alles erst einmal rüber das kann weg das kommt wieder da unten hin so da fehlt mir aber doch was der der Speer so das brauchen wir auch nicht das kann alles weg ein bisschen sortieren da wird man uns auskennen das können wir dann wegschmeißen so Waffe in die Hand nehmen brauchen wir nicht denn die Insel ist gekleert so da ist nichts drin das gehen wir mal systematisch hier vor machen wir ein Haus nach dem anderen jetzt sind wir bei 45 Minuten dann mache ich jetzt für euch eine Pause ne beziehungsweise nein ich mache keine Pause ich werde mich jetzt oh ja ich werde mich verabschieden bei euch von euch freut mich wenn ich wieder Likes bekomme mit Däumchen nach oben ne Kommentar wenn ich bekomme freue ich mich natürlich drüber und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder wir können auch Werbung machen ne da ist gar kein Problem und ich würde mich natürlich auch freuen wenn wieder neue Abonnenten dazukommen freue ich mich immer ungemein da was drinnen äh außer Wasser ja Eisenerz und Dingzeug nehmen wir auch noch mit jo jetzt habt ihr es einmal gesehen ne ähm wenn man auf höchster Stufe spielt dann sind die Gegner schon ganz schön nervig ne also das muss man schon sagen aber dafür spielen wir ja dieses Spiel weil uns das ja so viel Spaß macht da komme ich nicht rein äh da haben wir bloß Schrott das brauchen wir nicht da unten ist Schrott Auto brauchen wir jetzt auch nicht ja tun wir erst einmal hier außen bauen was wir haben Schrott können wir dann eigentlich auch wegschmeißen irgendwann was ist denn das da hinten nix Gott gibt da Benzin in dem Lkw rein theoretisch ja ne wo ist das F also ich habe sie umgelegt auf meine Maustaste 3 ne was bloß Metallschrott und Komponenten und Gummi wo kein Mensch braucht kein Benzin gewesen das ist frech das ist richtig frech die Gummireifen die können sie sich irgendwo hin klatschen dann wären wir ja dann auch Baumwolle mitnehmen müssen wir brauchen dringend Seile und so ein Zeug ne also Platz haben wir ja noch ein bisschen was da oben irgendwas naja das ist wieder tausend tausendmal hast du das Zeug so was war da unten noch irgendwie aus dem Sprott Kupfer so ich habe mich ja eigentlich von euch verabschiedet weil ich ja eigentlich hier offline farmen wollte noch ein bisschen dann wäre ich das jetzt auch einhalten dann sage ich euch oder zu euch holt Rione bis zum nächsten Video also macht es gut liebe Leute und schaltet wieder ein wenn ich ein neues Video hochgeladen habe Dankeschön Tschüss Bye Bye macht es gut